Jungs, nach 5 Monaten sparen, konnte ich mir jetzt endlich die PS5 holen. Hä? Nein, Junge. Warum hast du dir die geholt? Hä? Weil er die haben wollte, Junge. Junge, du bist ja richtig dumm. Ey, warum machst du jetzt diesen? Hä? Lass mal den Jungen in Ruhe. Bruder, spar dein Geld doch lieber für was Sinnvolles. Junge, den PS4 tut's auch noch vollkommen zum Zocken. Ja, Junge, soll ich jetzt noch 10 Jahre PS4 zocken, oder was? Ey, der kann nicht verkaufen, was der will, Mann.